So, Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Hard Gold. In der letzten Folge haben wir die Routen 40 und 41 erkundet. Also wir sind aufs Meer hinaus gefahren und in dieser Folge will ich die Route 41 fertig machen. Die war nämlich etwas übertrieben verwirrend. Und ich hab mich jetzt mal schlau gemacht. Schlau gemacht? Ich hab mich jetzt mal schlau gemacht, wie diese Route genau aussieht. Und hab dabei herausgefunden, dass die verdammt verwinkelt ist, wie ich mir schon gedacht hab. Und deswegen werden wir da jetzt systematisch vorgehen. Und zwar sind das quasi vier Inseln und in der Mitte kann man quasi durchschwimmen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal... Okay, ja okay, das passt noch so vom Heel. Wir werden da jetzt erstmal nach links durchschwimmen. Dann werden wir rechts zurückschwimmen und dann wieder links unten. Also unten dann nach links schwimmen. So dass wir quasi im Zickzack zwischen diesen Inseln durchfahren. Und alle Träne hoffentlich mitnehmen und alles, was es da sonst noch so gibt. In letzter Zeit kam auf meinem Kanal auch wieder relativ überhaupt nichts, wie man gemerkt haben sollte. Das lag hauptsächlich daran... Oh nice. Jetzt machen wir schon gut Schaden. Das lag hauptsächlich daran, dass ich mich einfach nicht aufraffen konnte, was zu machen. Ich habe sogar noch einen Part auf der Festplatte gespeichert, den ich aufgenommen habe. Aber noch nicht hochgeladen. Weil ich da von meiner Tumpnall-Hure noch kein Thumbnail habe, weil die gerade Prüfungen hat. Und relativ wenig Zeit. Und ich will auch selbst kein Thumbnail machen, weil das nur hässlich wird. Und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen ist der noch nicht hochgeladen. Ja und in letzter Zeit hatte ich generell recht wenig Lust. Aber ich verspreche, es wird wieder was kommen. Wie ihr an dem Part ja seht. So die Route möchte ich auch möglichst mit meinem Schutz machen. Damit mir erst gar nicht irgendein Kackvieh über den Weg läuft. So hier kann ich ja noch nicht rein. Denn hier brauche ich ja Whirlpool. So einmal hier durchschwimmen. Genau. Dann nehmen wir dich mit. Sehr schön. So Verzeihung, da war ich wieder mal kurz gemutet. Wegen meinem Dauerschnupfen. So. Schwimmer Yevgeny. Okay. Mit einem Baldorfisch. Das ist doof. Baldorfisch ist Typ Gift. Da gehe ich lieber gleich kein Risiko ein. Und wechsle gleich mal auf Schrotti. Und hoffe, dass es jetzt nicht stirbt. Und hoffe, dass es jetzt nicht stirbt. Au. Okay. Es lebt. Alles gut. Das ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd. Das glaubt ihr gar nicht. Ähm. Was wollte ich eigentlich noch reden? Pokémon. Geht weiter. Geht weiter. Ne? Tasse. Okay. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. Äh. Okay. Dead Space habe ich ja mal angefangen zu Let's Playen, zusammen mit Live als LPT. Ähm, Dead Space wird auch wieder kommen, aber ich hatte es schon erwähnt, da ist mein Speicherstand weg gewesen. Ähm, warum hatte ich schon mal ausführlich erklärt? Ähm, ups, ich wollte auswecken, naja, gut. Äh, auf jeden Fall wird es wieder kommen. Ähm, ich werde auch nochmal irgendwann einen Livestream starten, in dem ich, ähm, die ersten fünf Parts nachspielen werde, damit wir wieder am aktuellen Spielstand sein werden. Und dann werde ich es alleine weiter Let's Playen, einfach weil es sich für einen LPT recht wenig eignet. Ähm, aber ich werde nochmal einen Stream machen, weil ich keine Lust habe, das allein zu spielen und da bietet sich ein Stream eigentlich recht schön an. Und da beginnt meine Flinkklaue zu wirken, das ist sehr schön. Äh, von dem her Dead Space wird in nächster Zeit mal kommen. Ich weiß nicht, ob ich einen Stream ankündigen werde. Mal gucken. Vielleicht werde ich auch einfach irgendwie so streamen, wenn ich gerade mit Leuten im TS bin, dann... Glauben wir uns da ein paar Leute zusammen filmen, streamen aus irgendwelchen Foren? Keine Ahnung. Ich... Wir werden sehen. Das ergibt sich dann irgendwie... So, äh, da hinten sind noch Trainer. Ich weiß, ist da unten noch irgendwas? Ja, schau. Wir wollen ja hier schön alle Trainer mitnehmen. Ähm... Ähm... Ja. Genau. Und dann ertrink ich. Ach, Mensch. Ähm... Die Schwimmerin Heike. Du bist ja ein lustiger Mensch, so. Ähm, ich hätte gerne eine neue Pflanzenattacke. Weil... Wir sind gerade ein bisschen leer. Aber damit ich wenigstens kein Damage beim Auswechseln will, kommen wir mal so. Äh... Der schläft tief und fest. Das ist doch schön. Und den Schrotti einmal. Ach so. Das kannst du ja auch. Auch Stami, okay. Das ist auch ein cooles Pokémon. Also Stami, ich hab's zwar noch nie trainiert, aber es ist ein saukooles Pokémon. Und du bist schneller. Na gut, das ist jetzt nicht weiter schlimm. Es ist auch gerade, wie einige vielleicht bemerkt haben sollten, ähm, Steam Summer Sale. Seit gestern Abend. Und da gibt's tatsächlich... Ach, Genesung. Ach, das wird schrecklich. Äh, da gibt's tatsächlich einige Spiele, die mich angesprochen haben. Die ich mir gerne holen würde. Und auch einige Spiele, die sich für euch garantiert lohnen würden. Weil... Ziemlich gute... Ehemals Vollpreistitel... Ziemlich runtergesetzt sind. Ähm, von dem her... Lohnt sich garantiert. Ähm, für den einen oder anderen von euch. Ähm, ich persönlich hab mir sieben Spiele rausgesucht, die mich interessieren würden. Die ich mir erstmal auf meine Wunschliste gepackt hab. Ach, jetzt du verschwendest meine AP, du Drecksvieh. Ähm, das wären zum einen mal... Ähm, The Witcher 1 und The Witcher 2. The Witcher 1 gibt's zur Zeit für, äh... Sagenhafte 1,950. Also das ist, ähm... Quasi geschenkt und in die Fresse geworfen. Und es lohnt sich garantiert. The Witcher ist bestimmt ein sehr guter Spiel. Ähm, und The Witcher 2 auch für 5 Euro circa. Also lohnt sich definitiv. Äh, und jetzt natürlich hört's auf mit Genesung. Wo ich Superschall einsetze, ist auch, äh, super. Ähm, was gibt's noch, was ich mir rausgesucht hab? Skyrim. Auch wenn's schon ewig lange her ist, aber irgendwann muss man sich's ja mal holen. Weil das ist halt ein gutes Spiel. Aber ich wollt's mir bis jetzt nie holen, weil's mir zu teuer war, irgendwie. Und jetzt überlege ich auch noch, weil's jetzt irgendwie relativ spät ist. Aber 7,99, dann denke ich mir, okay. Warum nicht? Für privat natürlich. Weil als Let's Plays, äh, sowohl The Witcher als auch Skyrim, natürlich komplett ungeeignet. Es sei denn, man will 1000 Parts... machen. Ähm... Dann hab ich mir noch, äh... Was hab ich mir noch auf die Wunschliste gepackt? Mhm. Ein Spiel möchte mir grad überhaupt nicht einfallen. Von dem ich weiß, dass es auf meiner Wunschliste ist. Und dabei ist es erst gestern her. Naja, auf jeden Fall... ...fällt mir irgendwann bestimmt noch ein. Aber... Hab ich jetzt meine Pokémon gewechselt? Ich weiß es nicht. Ähm... Was haben wir noch? Genau, so alte Star Wars Spiele. Und mit alt meine ich, ähm... ...so Sachen aus meiner quasi Kindheit. Wo ich damals neben am Laptop gesessen bin, wenn mein Bruder das gezockt hat und zugeguckt hab. Und mich gefreut hab. Ähm... Und zwar hier Star Wars Knights of the Old Republic. Glaub ich. Oder es ist nur Star Wars The Old Republic. Ich weiß es nicht. Es ist das, wo man... Ähm... ...mit Darth Revan spielt. Der eigentlich ein Sith war, aber sein Gedächtnis verliert und so weiter und so fort. Vielleicht kennen das einige von euch noch. Ein ziemlich, ziemlich gutes Spiel. Ähm... Und... ...dann der zweite Teil davon. Auch noch ein ziemlich gutes Spiel. Handelt von Star Wars 2000 Jahre vor den Filmen. Das ist, ähm... So aus meiner Kindheit und das dachte ich mir gönne ich mal. Auch wenn es wahrscheinlich in den heutigen Verhältnissen eine graue und volle Grafik hat. Aber es ist ein sehr gutes Spiel. Und quasi der Höhepunkt von allem Star Wars Battlefront 2 für 4,99. Dachte ich mir, das muss ich mir mal holen. Weil Battlefront 2 ist so ein Spiel, das habe ich damals richtig gefeiert, wenn ich das gesehen hab bei Älteren. Und als ich es mal gezockt hab, so zwischendurch bei Leuten, die das hatten, das war einfach richtig gut. Das ist, ähm... Ja, Star Wars Battlefront ist einfach, äh... Ja, kann man es COD nennen? Es ist ein Star Wars Shooter, sagen wir mal so. Ähm... Wo ein Team gegen das andere antritt. Und versucht Kontrollpunkte zu erobern und so weiter. Und es ist einfach verdammt gut. Oh, ich liebe das so. Und ich dachte mir, ich gönne es mir mal selbst. Vielleicht werde ich das sogar streamen, weil das eigentlich echt total cool ist. Und ich bin... Oh Gott. Oh Gott, ich vergesse einfach jedes Mal meine verdammten... Äh, mein verdammtes Blümchen auszuwechseln. Na gut, so Levels wenigstens noch ein bisschen mit. So, Moment, da muss ich noch einmal ganz kurz, äh, hier schnäuzen. So, da bin ich wieder. Ähm... Ja, wie gesagt, das Spiel noch. Das ist auf jeden Fall auch noch auf meiner Wunschliste. Und, ähm... Ja, ansonsten... Ein Spiel gab es defini... Ah, really? Ein Spiel gab es definitiv noch. Aber ich weiß gerade gar nicht mehr, welches. Ähm... Aber es war da. Ich hab's bloß vergessen. Ne, ich hab wirklich keine Ahnung. Oh, Abschlag. Okay. Abschlag. Ach, really? What lernst du für ne Schei... Nein. Oh, Abschlag. Wirklich. Nein, lass mich... Oh, Gott, Abschlag. Ähm... So, Schrotti noch ein paar XP. Noch ein Goldini. Hey, ei, ei. Einmal Funken sprungen. Das überlebt wahrscheinlich auch mit 2 KP wieder. Ja, natürlich. Aber es ist paralysiert. Sehr nice. Da hab ich relativ gutes Glück gerade. So, Aquawelle. Okay. Ungefährlich. Ich versuche mich gerade die ganze Zeit krampfhaft daran zu erinnern, welches Steam-Spiel mir noch gefallen hat, was ich mir holen wollte. Ich kann mich partout nicht mehr daran erinnern. Goldking. Ja, was muss, das muss, ne? So, pass auf. Ähm... Ich werd jetzt mal... Einen Trank nehmen. Und dann mal gucken. So, Goldking, Aquawelle. Ja, deswegen nämlich, weil's verdammt viel Schaden macht. So, ich hoffe, meine zwei letzten Funken-Sprünge reichen, genau um das Ding platt zu machen. Ja, das schaut gut aus. So. Mal kurz niesen. Also, schrecklich, tut mir leid. Das Problem an einem Großmembran ist halt, dass es leider jedes Hintergrundgeräusch aufnimmt. Und deswegen kann ich hier nicht mehr ganz so unverblümt wie bei meinem alten Mikro, äh... Nicht mal kurz schnäuzen oder so. So, so, Level 25. Sehr schön, noch fünf Level, dann entwickelt sich's. Äh... So. Ja, und jetzt sind meine AP leer, pass auf. Ähm... Hier haben wir ja soweit alles, dann müsste ich da unten weiter. Dann geh ich jetzt mal nach oben. Ähm... Beutel. Einmal Superschutz. Ähm... So. Dann wechsel ich jetzt bei dem einen Trainer noch kurz auf Erektion, der mir hier noch im Weg... Ach, den hab ich schon. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, dann gehen wir noch kurz zurück in die Stadt und holen uns mal unsere... Äh... ...AP zurück, die wir dringend brauchen. So. Einmal heilen, bitte. Jawohl. Jawohl. So... Sehr schön, jetzt haben wir wieder AP, jetzt können wir wieder ordentlich reinhauen. Und ich denke, ich werd's tatsächlich alles mit nem... Blümchen machen. Ähm... Ja, noch müde könnte man so sagen. Es ist 7.46 Uhr, ich bin vor zwei Stunden aufgestanden. Zweieinhalb sogar schon fast. Ähm... So... So... Einmal zu Wasser, bitte. Ähm... Oh Mann, unser Quayuzo müssen wir auch noch nachtrainieren. Äh... Und die Sensenfrau auch. Naja, gut. Das wird schon. Unser Feulix können wir dann wieder für die Stahl-Arena hernehmen. Ach, really? Jetzt schon? Ähm... Na gut, wir haben nur 7 Stück. Und mir fällt ein, ich hab vergessen, Tränke zu kaufen. Na egal, ich hab noch ne Kumu-Milch. Äh... Falls es wirklich so notwendig werden sollte. Aber ich denke mal, wir haben die meisten der Trainer auch relativ. Habe ich dich schon? Ja genau, da kam ich her. Genau, jetzt muss ich noch eins weiter nach unten. Und dann schwimmen wir jetzt im Zickzack zurück. Und haben dann die Route auch, äh... Relativ getan. Da müssen wir dann... Viel, viel später wieder hin. Äh... Dich haben wir auch schon? Ja. Da müssen wir dann viel, viel später wieder hin. Wenn wir uns Lugia theoretisch fangen würden. Da wir uns das nicht tun, weil wir uns Ho-Oh fangen werden. Weil wir das viel früher kriegen in der Story. Oder weil wir das noch innerhalb der Story bekommen in Hardgold. Äh... Müssen wir hier nie wieder hin. Ähm... Das ist das angenehme an Hardgold. Das ist nicht so ekelhaft zu bekommen, das Leggy. Weil ich mag so Wasserruth nicht. Oh, und Garados. Das heißt so viel wie... Ähm... Ja, Moment. Das heißt erstmal so viel wie Schlafpuder. Äh... Wechsle ich auf Magnetilo? Ich bin mir nicht sicher. Schlauer wär's wahrscheinlich, aber ich versuche ihn jetzt erstmal zu Ranken hieben. Okay, das ist ne dumme Idee. Äh... Wir wechseln auf. Schrotti. Und Garados ist ein ultimativ cooles Pokémon. Ich denk, dass... Ja... Okay, das war schlau, dass wir das gemacht haben. Äh... Ich werd mir wahrscheinlich auch fangen. Sobald ich Gelegenheit dazu habe. Ach, really? Schrotti? What are you doing? Ach, shit. Lol... Oh! Lol, sag ich. Alter. Das war jetzt einfach, äh... So ein richtiger schöner Treumoment. So ein, was soll die Scheiße? So, dankeschön. Wenigstens hat's Elektroattacken nichts entgegenzusetzen, weil's ne Vierfachschwäche drauf hat. Mit seinem ungewöhnlichen Flugtyp. Aber Schwimmer Gennady hat zwei Garados und ist nicht zu unterschätzen. So, ich glaub, die sind beide männlich. Ich glaub, das sieht man an dem blauen, äh, Kamm auf dem Kopf. Oder ich weiß es nicht mehr, waren die blauen Weibig? Es gab blauen Weiß. Ich geh... Oh, Schrotti, du unnützes Stück Scheiße. Oh, really? Oh. Oh, Gott. Da kann ich nur noch grinsen. Ach, ja. Schreck doch einfach zurück. Ich glaub's nicht. So, möchtest du das jetzt vielleicht mal umbringen? Nein. Natürlich. Oh, Gott. Du Mistvieh. Hä, 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 hä. So. Äh, haben wir es denn jetzt? Meine Güte. Schrotti, what are you doing? Ja, fick und fertig quasi. Wir haben jetzt schon wieder 21 Minuten. Wie schnell die Zeit doch verfliegt, Freunde. Ähm. Aber wir werden die Route noch fertig machen, weil ich keine Lust hab, noch einen Part auf dieser Route zu verbringen. Nein. So, Blümchen. Du kannst es tun. Ich vertraue dir. Nein. Zugabe. Really? Was? Echt? Oh. Europe. Really? Wieso? Oh, Gott. Ich hab... Gibt eine Zugabe. Ja, du mich auch. So, ähm. Na ja, gut. Schauen wir mal, ob ich hier die Sensenfrau was reißen kann. Ähm. Einfach, weil sie die XP dringend braucht. Ja, das sieht gut aus. Zugabe. Ja, das ist mir gerade mal wurscht. Weil, das wollte ich ihr nochmal einsetzen. Oh, gibt er mir einfach beim Schlafpuder eine Zugabe. Boah, was ist das schon wieder für eine Trollroute. Äh, der Witz ist irgendwie, in meinen normalen Playthroughs werde ich nie so krass getrollt von den Trainern. Das ist einfach der Let's Play Faktor. So. Haben wir es dann jetzt, bitte. Äh. Äh. Nein. 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 Geh weg. Danke. So. Anemonia City. Yes. Gut. Wer bist du? Schlägertypen. Okay. Ja, ich weiß. Psycho. Ja, hab ich. Leider. Äh. Äh. Leider. Verschlampt. Den Backfisch. So. Einmal noch heilen. Ach, ja. Und ich möchte partout immer noch nicht auf dieses Spiel kommen. Ja, ja. Gestern ist lange her. So. Aber es war auf jeden Fall reduziert. Sonst hätte ich, äh. Es mir nicht gönnen wollen. Tut und tun. Das war, glaube ich, der Medizintyp. Ja. Genau. Da kriegt man. Warte mal. Ach ja. Da musste ich sogar storytechnisch hin. Geheimtrank. Genau. Da brauche ich die Medizin. Haha. Ach so. Da kriegen wir auch nur die Tränke. Ja, gut. Dann kaufen wir uns mal Tränke. Äh. So. Reicht. Und wir haben tatsächlich genau 6.666 Geld. Das ist fast die Zahl des Teufels, meine Freunde. Oh, und ich muss gerade die ganze Zeit diesen. Ich muss mich die ganze Zeit muten zwischendurch. Haha. So, beide Güte. Fotostudio. Ey. Jetzt ist es gerade richtig schlimm, Leute. So, eine Kamera. Konnten wir die nicht noch irgendwie ansprechen, bevor wir Schluss machen? Ja. Könnten wir. Könnten wir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Pokémon Hartgold. Bis dahin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020